Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Guten Morgen am Montag, dem 28. August. Guten Morgen beim Geek Talk Daily. Jan aus Wien wieder hier. Ich vertrete weiterhin den Martin. Ich habe heute zehn Technikthemen für euch vorbereitet. Es geht um Korruption bei Samsung, um Tesla, um Sky, um Gardena, um WhatsApp, um Facebook, um Alexa, um Google Assistant und um Apple. Wir beginnen bei Korruption bei Samsung und dort gab es jetzt ein Gerichtsurteil eines bereits längeren Prozesses. Im Endeffekt wurde der Enkel des Samsung-Gründers Li Yai-yong, der momentan auch der Chef der Samsung-Gruppe ist, zu fünf Jahren Haft verurteilt. Ursprünglich wollte die Staatsanwaltschaft zwölf Jahre Haft haben. Grund dafür, es flossen Schmiergelder in Millionenhöhe an die damalige Präsidentin der Samsung-Gruppe quasi. Die wurde mittlerweile auch abgesetzt. Ob es da eine Anklage gibt oder nicht, wissen wir aktuell nicht, wird wahrscheinlich auch der Fall sein. Jedenfalls, ja, der aktuelle Samsung-Präsident quasi mehr oder minder ist jetzt eben zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Das haben wir auch damals schon hier im Geek Talk Daily berichtet. Wir kommen zu Tesla und die bauen anscheinend auch gerade einen Truck. Also quasi eine Möglichkeit, eben auch tatsächlich große Güte auf der Straße zu bewegen. Gerade da wäre Elektromobilität natürlich auch sehr interessant. Da soll es jetzt dementsprechend im September angeblich noch eine Ankündigung geben zu dem Ganzen. Jetzt ist schon mal das erste Detail rausgelegt. Reuters hat das berichtet. Der Truck soll 200 bis 300 Meilen Reichweite schaffen. Zwar jetzt keine Sensation, aber vielleicht reicht es zumindest schon mal, um da mal den ersten Schritt zu machen. Vielleicht für kleinere Strecken dann entsprechend auf e-Trucks umsteigen zu können. Wir kommen zu Sky und zum Thema Ultra-HD bzw. zu 4K. Da gibt es ja immer wieder das sehr häufige, ja unter Anführungsstrichen, Gerücht, dass quasi ja keine Inhalte für Ultra-HD vorliegen. Mal von Blu-Rays abgesehen im Fernsehen ist das tatsächlich so. Sky bricht da jetzt ein bisschen mit dem ganzen Thema. Die wollen noch im September die Formel 1 in UHD quasi übertragen. Dementsprechend, ja, bleibt spannend, ob die quasi die volle Auflösung auch tatsächlich über das Fernsehsignal bringen. Fernsehsignal-Sport ist natürlich sicherlich eine interessante Anwendung. Auf der anderen Seite wäre natürlich vielleicht auch gerade aktuelle Serienhitze interessant. Game of Thrones läuft heute aus, die aktuelle Staffel. Das in 4K würde mich schon sehr interessieren. Das könnte mich dazu bringen, tatsächlich sogar bei Sky zu abonnieren, abgesehen von den sehr guten Preisen, die die aktuell für den Season Pass hatten. Wir kommen zu Gardena und da eine Ankündigung, die sich in der Überschrift sehr interessant liest. Gardena möchte mit Netatmo eine Partnerschaft eingehen und quasi smarte Geräte miteinander vernetzen. Klingt sehr toll, wenn man da näher hinein liest. Leider nicht ganz so toll. Im Endeffekt ist es möglich, die Netatmo Presence Kamera in die Gardena-App einzubinden. Kann sich dann so quasi in der Gardena-App einen Teil seines Grundstücks anschauen beziehungsweise das integrierte Licht als quasi Flutlicht verwenden. Ist es nicht die größte Neuerung. Wesentlich interessanter ist, dass das Gardena Smart System in Zukunft dann irgendwann 2018 auch mit If Distant That kooperieren soll. Das bringt wahrscheinlich mehr Neuerung als nur die Einbindung dieser Smart-Kamera. Wir kommen zu WhatsApp und da gibt es die verifizierten Business-Accounts ganz offiziell. Sie tauchen mittlerweile in der FAQ auf. Im Endeffekt gibt es einen grünen Haken hin zu den Account-Namen. Ein paar dieser Haken gibt es auch schon. Ein paar Firmen, die das offensichtlich beantragt haben. Dieser Haken zeigt euch dann eben, dass ihr offiziell mit einem Business quasi kooperiert. Für die Firma selbst hat das auch ein paar Vorteile, abgesehen von dem grünen Haken. Da kann man zum Beispiel dann eben die Öffnungszeiten festlegen. Also festlegen, wie und wann man jemanden quasi auf diesen Kanal dann auch erreichen kann. Wir kommen weiter zu Facebook. Wir bleiben bei Facebook. Da gab es am Wochenende kleine Dramen. Am Samstag hatte Facebook einen Ausfall. Und zwar einen relativ großen. Am Sonntag gab es dann auch wieder welche. Immer wieder, zum Beispiel am Samstag zwischen drei und vier auch sehr stark. Ich war auch unter Anführungsstrichen davon betroffen. Fiel Facebook aus. Zuerst hieß es noch, es gibt technische Wartungsarbeiten. Und dann gab es einen, also ein Facebook-Sprecher hat das dann entsprechend kommentiert und meinte, eine technische Ursache hat dafür gesorgt, dass einige Menschen Probleme hatten, Facebooks Angebote aufzurufen. Wir haben den Fall schnell untersucht und stellen aktuell den Service für alle Nutzer wieder bereit. Eben ganz so war dem Nichts. Die Meldung ist von Samstagabend und Sonntag auf den Reader-Troubles. Wir hoffen aber, dass sie es mittlerweile im Griff haben. Wir bleiben wieder bei Facebook. Kommen aber zu einem Feature, das ich sehr gerne mag. Das An-Diesen-Tag-Feature. Da hat man euch früher quasi gezeigt, was ihr so im Laufe der letzten Jahre an diesem Tag gemacht habt. Und das wurde jetzt ein bisschen vergrößert quasi. So kann man sich einen Rückblick anschauen auf, ja auch ein paar Tage rundherum. Das habe ich selbst schon gemerkt. Aber zum Beispiel auch auf so gewisse, ja, Seasons quasi. Also ich kann mir jetzt anschauen, was war diesen Sommer oder sonst irgendwie was zusätzlich neu. Es sind auch Feierposts quasi. Heißt Feier im Sinne von Feiern, ja. Nicht das englische Wort für Feuer. Dort bekommt ihr quasi die Info, wenn ihr, weiß ich was, den tausendsten Like bekommen habt, den hunderten Freund habt oder dererlei Dinge. Die kann man dann auch entsprechend auf Facebook teilen, wenn man das denn möchte. Wir kommen zu Amazon Alexa und dort ist der Echo. Und der Echo dort jetzt in der Lage, auch Befehle in anderen Räumen auszuführen, wenn man mehrere Geräte in unterschiedlichen Räumen hat. So wie ich zum Beispiel, könnte ich jetzt zum Beispiel auch sagen, dass er meine Spotify-Musik im Wohnzimmer in Fall, obwohl ich gerade im Arbeitszimmer sitze. Den Alexa muss man quasi sagen, wo er steht, dann weiß er es auch. Kann ich dort im Gerätenamen halt quasi das vergeben. Ja, ansonsten praktisches Feature. Eigentlich warte ich auf Multiroom, aber auf der anderen Seite mal zumindest die Steuerung zu machen. Ich habe es tatsächlich auch schon ausprobiert, das Wochenende. Funktioniert mal ganz gut. Das ist ein erster Schritt in eine Richtung, die hoffentlich noch besser wird. Wir bleiben bei Sprachassistenten, kommen zum Google Assistant. Und nein, ich rede nicht über die Google Box, das Google Home, sondern darüber, dass der Google Assistant jetzt auf iOS auch in Deutschland verfügbar ist. Bei der Google WWDC quasi, also bei der Entwicklerkonferenz, haben die ja bekannt gegeben bei der IO, dass jetzt der Assistant auch unter iOS kommen soll. Der ist natürlich nicht so weit integriert, wie das andere Systeme sind. Aber ja, jetzt ist er auch auf iOS in Deutschland verfügbar. In den USA ist es bereits länger. Leider eine kleine Einschränkung. Tatsächlich nur in Deutschland, in Österreich kann man die App zum Beispiel leider nicht laden. Wäre auch über euer Feedback gespannt, wie es denn in der Schweiz aussieht. Wir bleiben bei der letzten Meldung auch bei Apple. Und da gibt es wieder ein bisschen Rumor um quasi aus App-Stores entfernten Apps. Diesmal betrifft es den Iran. Aufgrund von Sanktionen und den dortigen politischen Regulierungen hat man Apps aus dem App-Store entfernen müssen. Das sind größtenteils Apps aus dem, ja, mehr oder minder Verkaufsumfeld, sage ich erstmal quasi. Iran, Google geht einen anderen Weg zum Beispiel. Die sind nicht auf etwaige Restriktionen eingegangen. Die Apps, die aus dem Bereich Mobilität, Essen und Einkauf entfernt worden sind, bei Apple Primer oder bei Apple Offline. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt wird von der generellen politischen Lage zwischen den USA und dem Iran zusammenhängen. Das war's für die heutige Folge und für den Start in die Woche. Wie gesagt, ich vertrete den Martin mal weiter oder wir vertreten den Martin mal weiter. So viel darf ich an dieser Stelle für unsere treuen Hörer, aber sonst spoilern. Ihr werdet den Martin bald wiederhören. Ob hier oder nicht, wird sich noch zeigen, aber wir arbeiten zumindest aktuell an einer anderen Folge. Ich denke, das ist mal eine ganz positive Nachricht. Ja, ich entlasse euch damit in den Montag. Wir hören uns morgen wieder. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis bald. Ciao. Hört mehr Geek Talk.